hallo zusammen herzlich willkommen zu oxygen not included letzte folge in dieser aufnahme session chaos kolonie ich bin sehr gespannt wann das große update kommt wann es aus dem aus der beta phase irgendwie raus hallo minias so was wir jetzt machen ist prioritäten erhöhen und zwar wir haben eigentlich nirgendwo hohe prioritäten und ich werde das jetzt auf den liegen erhöhen wir werden jetzt hier auf eine 7 gehen zwei liegen jetzt gucken wir noch mal die stresslevel durch also minias kriegt liege wir gehen das jetzt so durch egal ob das schon liege hat minias dann wo dann wo dann wo ist er dann der wo dann dann das roffel aris betrachten und bände bob haben wir alle tische belegt boah herauf hier gegen zu treten ist doch gerade am kochen die azuralia minias minias moment irgendwie gefasst azuralia nein minias move to weit weg er sag mal geht's doch ich bin doch gerade hier die prioritäten am ändern wo dann move to will noch jemand gegen her treten hat man das bedürfnis gegen den her zu treten ja wunderbar die betracht drin kommt auch noch dazu betracht drin geht doch bitte einmal ins bad ins bett ich passe jetzt auf den herd auf ich glaube es brennt euch der kittel mazuralia kocht so schön und ihr macht nur mist weil wir hier gekocht wird jetzt kocht aris wenn ich hier jemand höre der gegen den scheiß herd tritt kommt ihr ins wasserbecken nein nein wo dann du ins bett das hat nicht ganz funktioniert wo dann nee ist aris jetzt wo dann dahin ich brauche irgendeine türsteher für den herd einer der steht hier willst du was essen oder willst du in den herd zertreten und dann nö flieg da raus ich hab dich doch gratis du kommst du kommst ins becken kann ich den irgendwo zum arbeiten schicken warte mal wo dann müsste doch auf der liege liegen mit prio eins wieso wieso ist denn hier minias auf der liege wieso bist du nicht auf deiner liege verstehe ich nicht wo dann wo dann move to move to liege wer will jetzt betrachterin bitte 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 das ist echt der hammer gibt's nicht gibt's nicht ein anti stress bild kein platz für und die stress bilder das bad passt auch nichts mehr also muss er glaube ich auch dann genügend platz lassen um um hier platz für dekor zu lassen so rum was ist hier drüben eigentlich wächst da was overheated okay das wird interessant wenn das update kommt soll es ja noch mehr an temperaturen gehen dann wird's richtig spannend hier so eine skulptur machen wir auch noch nebendran vielleicht lässt dann jemand mal den herd in ruhe bau den herd einfach zwischen skulpturen auf und dann ist es so eine stressfreie zone wo niemand hingeht und denkt oh ich hab Frust ich dreh den herd zu klump und es gibt's doch nicht da mal wo dann du aggressives teil du ich schick dich ins exil wo können wir wo dann mal hinschicken move to move to jwd wo dann geh mal dahin wo es Gas ist wo dann willst du mal da hoch gehen geh mal hoch lass mir den herd nur Moment wer tritt hier gegen hier wird gekocht hm krieg ich den dahinter Jack Fleischhammer kann das sein Jack Fleischhammer du gehst auch ins Gas und das wo dann wieder die seh ich schon in ihren Haaren ins Gas los wie lang brauchen die Dinger denn was musst du denn hier rein machen in so ein Monolith wie hat der denn voll im Strahl über die Blume gekotzt bis zum Glück habe ich meinen Ablaufkeller alter Herr Gesangsverein wenn ne Bob malt Wodan nein ich hab's gesehen Wodan 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 mein Freund du du find's Gas geh mal hin ich hab dich gesehen die irren Haare übersieht man nicht so schnell ah jetzt wird durch die Drollen hier Wodan Wodan kann ich Wodan da hinschicken ha da ist er doch schon wieder ich wusste es doch kann ich kann ich hier irgendwie ne kann man keine Priorität vergeben seine ihn und Drollen Hacke hier im Wodan das ist nicht dein wie kriege ich den hier Dass er Wodan pof move to zu Pflanze so Ah jetzt wird gemalt nennt sich ja kreatives Kochen einfangen, soo, das ist ein geiler Sound. Es wird gekocht, es wird gemalt, es wird gemeißelt. Ist hier was kaputt? Was liegt denn hier am Boden? Schöner Sound, ne? Das wird ein Kunstwerk. Kennt ihr Stonehenge? Durch Serendipity und Trollen gebaut worden, während Azuralia gemalt hat. Wo dann? Ich hab's gesehen. Ich hab dich gesehen, du Arsch. Du kommst mir nicht an meinen Herd, außer du willst kochen. So, was war bei den Pflanzen eigentlich los, Wodan? Erklär mal. Immer rüber zu pflanzen. Hier. Dann, indem dies Kreativität steigt. Durch. Okay. Was liegt denn da? Oh nein, Jack Fleischhammer. Zum Glück läuft's ab. Oh, da kommt jemand. Wodan? Ne, Azuralia. Wodan? 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 Musch Bar Moment, braten die das, was hier rauskommt? Zum Kotzen Das ist auch zum Kotzen hier Ähm Was fehlt denn noch? Hm Das zieht ihm ein neues ein Den wir noch nie hatten Construction Dicking Raubling zieht ein War auch noch nie dabei, sehr gut Na Raubling Alles gut Ey, sag mal Jetzt ist Ares hier am rumstressen Ares, auch du gehst zu den Blumen Ihr macht mein Herd nicht kaputt Ah, da hast du schon wieder Einen aggressiven Gesichtsausdruck gesehen So, wenn man ein bisschen auf den Herd aufpasst Hat man auch ein bisschen länger was von Schwierige Folge Ich beschütze den Herd Ich hab dich gesehen, Wodan Wodan? Ruf, tu Gleich kommt er wieder Der Irre mit den Ha... Ah, jetzt wird gegessen da oben Ah, zum ersten Mal hat die den Kühlschrank voll Weil jemand mal durchkochen konnte Ah, guck mal Jetzt eben kam der Maschum Der kam da hin Äh, dieser Der Dreckklumpen Habt er kaputt gekriegt Na geil Wenn es dir hilft Ich müsste so einen Raum mit Herden aufstellen Nur Herde Die nicht in Konstru... Nicht in, ähm... Nicht in Betrieb sind Sondern die man einfach so als Akkretions-Punching-Ball nimmt Schwierig Echt schwierig So Ich werde jetzt mal hier oben Sauerstoff reinbringen Wo kommt denn das ganze Siffel her? Ah, wir werden das hier mal... Erstmal ausdicken Äh... Open Door Wie sieht es eigentlich in unserem Wasserbecken? Ach, guck mal hier Er hat sich ordentlich Wasser angesammelt Also das heißt, die Pumpe filtert hier wirklich mehr Und Wasser haben wir wirklich noch genügend drin Also Frischwasser ist gesorgt Der Herd, der wird halt immer kaputt sein Das ist halt immer ein... Naja Naja Ist egal Hier tröppelt so langsam Wasser rein Das Abwasser wird gefiltert Toiletten werden genutzt Licht ist drin Jetzt wird da oben ausgenutzt Gott Was? Gut, Shortage Ja, woran hängt's denn? Hm So, jetzt gehen sie alle ins Bett Können wir das nochmal beschleunigen? Eieieiei Das ist irgendwie ganz schön schwierig Ich dachte am Anfang Als das mit den... Also vor fünf Folgen praktisch Hab ich gedacht Mensch, Stress ist einigermaßen im... Im... Äh... Lot Was ich mich halt frage Wenn diese... Diese Mesh-Tiles Ähm... Von dem Komfort nicht so geil sind Oder was ich hier oben auch gebaut habe Wenn ich jetzt einen richtigen Boden hinbaue Dann hab ich ja gar keine Chance Das richtig ableiten zu lassen Also... Flüssigkeiten So wie Gase Ich meine der große Vorteil ist Dass hier durchgekotzt werden kann Und ich meine Das ist ja auch schon nicht zu verachten Hier unten nehm ich mal ganz kurz Das Wasser weg Ach Wirklich schrecklich So dann Bewege dich nach links Da muss ja wenigstens ein So ein Prickert mal fertig werden Da muss ich mal aufs Klo Das ist auch völlig in Ordnung Oh, da ist er Ah, er geht nur Er geht duschen Höh Das war er gar nicht So Ich hab dich doch grad weggeschickt Bist du wahnsinnig? Okay, kocht da noch jemand? Ne, jetzt fehlen wieder diese Prickerts Ich glaube, man muss noch mehr von diesen Prickerts machen Also... Das gibt's doch nicht So, ich schick dich immer wieder weg Ah, jetzt ein Prickert drin anscheinend Okay, okay, okay Och nee Ich hab's gewusst Irgendwann ist er grad wieder kaputt, der Herr hat Okay Ähm Diese Folge hat sehr viel Déjà-Vus Wisst ihr, was ein Déjà-Vus ist? Wisst ihr, was ein Déjà-Vus ist? Denn, äh, wir sind eigentlich nur Diese Folge beim Herd aufpassen gewesen Wir haben ein bisschen Kunst hingesetzt Hat nicht ganz wirklich gereicht Um unsere kleinen Kleinen Duplicants hier zu beruhigen Ähm, mal gucken Ob bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal aufnehmen Die Updates wieder da sind Äh, beziehungsweise das Update da ist Dann werden wir neu starten Und ich freu mich drauf Bis zur nächsten Folge von Oxygen, not included But aggression, very much Dies war's englisch I try to See you in the next round Tschö, bis dahin Ja, tritt den Herd ein Ist mir doch egal Das war's englisch Vielen Dank.